so leute ihr seht ich habe das setting leicht verändert die schatten kommen jetzt gerade mal von hinten das liegt daran weil ich gerade mitten in der anderen produktion bin aber ich das hier nicht vorenthalten möchte deshalb kommt das auch hier so mitten in der woche und ich wollte noch nicht mal damit bis freitag warten vielleicht kommt es auch freitag aber ich glaube das kommt heute noch online dann habt ihr das mittwoch online Seneca Set Booster plus nochmals zwei Boxstopper dann haben wir die auch aus den Füßen dann mache ich mein eigenes Video dafür dieses Mal ich bin so unendlich gehyped auf die Dinger nichts gewinnt gegen ein Messer nichts gewinnt gegen ein Messer ja dieses Plastik Zeug drumherum ist mega stabil alter ja Seneca rising jetzt die neuen Booster auch mit einer neuen Verpackung okay das Display ist auch anders aufgebaut sehe ich gerade das erste Mal dass ich sowas jetzt in der Hand habe ja komische Pappe kann weg Aua Entschuldigung es tut mir leid ich bin mit dem neuen Setup jetzt noch nicht so ich denke drei Dingen es ist nur einer drin keine Sorge die anderen zwei habe ich aus anderen Produktionen wie viele Booster sind jetzt drin zwei vier sechs acht zehn okay da sind 30 Booster drin plus einen Boxstopper ja New Kind of Booster gucken wir uns diese New Kind of Booster doch mal an ich lege die mal hier so da oben hin und wir starten direkt mit direkt mit der Box mit einem Highlight äh ich nehme mal den deutschen eingeschweißten Produkt nicht für den Weiterverkauf bestimmt einen deutschen Boxtopper ich gehe mal ein Stück nach vorne kann ich mal hier seit mir fällt gleich irgendwas am Rücken dann würde mich schreien so unser erster deutscher Boxstopper wie gesagt in dem Produkt ist nur ein Boxstopper drin und das Produkt gibt es nicht auf Deutsch deshalb gucken wir uns hier einen deutschen Boxstopper an das ist ein Wasserarmer Tafelberg okay ich muss die Karten so halten wegen dem Licht ja Wasserarmer Tafelberg rot-weißes Fettschland sucht eben nur der Gebirge sehr sehr cool ich mag die Teile ja ich muss ja zu meiner Schande gestehen ich mag die Expeditions so gucken wir uns so einen Booster mal an jetzt bin ich halt super hart gespannt das fühlt sich auf jeden Fall ganz ganz komisch an weil das viel viel enger geschnitten ist und alles so wir haben okay wird jetzt reingezoomt okay eine Nissa ganz cool mit den verschiedenen Nissas das Artwork ist cool das Artwork ist wirklich cool also hier ist so eine Produzentenkarte dann eine Plains dann haben wir eine Cummins wie immer bei solchen großen Produkt openings ich gehe nur eigentlich nur die Rares durch ich gucke mir jetzt aber im ersten paar mal an wie das so aufgebaut ist rot rot irgendwas mit Battle Ausrüstung okay Kreaturenpumpen hier sind schon Uncums dabei sie haben vier Cummins zwei drei Uncums vier Uncums fünf Uncums und unsere rare ist Shadow Verdict für fünf Mana exit man alle Kreaturen Planeswalker Mana kosten drei oder weniger vom Feld und und alle Kreaturen und Planeswalker mit Mana kosten drei oder weniger von allen Friedhofen so so erst neues Setup das bringt mich gerade mal ein bisschen um jo nice dann haben wir eine foil ich brauche mehr Platz ich bin erst nicht gewohnt ich schiebe die mal aus dem Bild ihr werdet nicht sehen wie viele noch da sind das Foiling ist recht schön und ein Insekten Token ich habe gehört davon braucht man ganz viele in diesem Standard Set gut zu dem Video selber wie gesagt keine Sorge das Setup wird das nächste Mal wieder besser aber ich bin mitten in einer anderen Produktion die ich euch noch nicht verraten kann und da bräuchte halt die ganzen Lampen und alles deswegen ist ja das jetzt aktuell so schlecht so hier haben wir wieder eine Artkarte dann haben wir wieder ein Land und dann haben wir Core Wizard Mehrfolg Wizard 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 Card genau also es ist wirklich so dass die Karte immer mit der anderen Karte dahinter oder davor was gemeinsam hat wie gesagt hier sehr viele Wizards ich schmeiße die jetzt alle auf einen Haufen die fühlen sich ganz komisch an die hören sich glaube ich auch ganz komisch an Sekunde ja die hören sich was mache ich denn hier die hören sich ganz komisch an die fühlen sich auch ganz komisch an das sind glaube ich amerikanische Prints keine europäischen Prints okay das ist so ein Thing Slot Seagate boah ist die hell es tut mir leid die ist sehr sehr hell Seagate Barnet noch eine Kammen Valakut's Awakening nicht schlecht nicht schlecht Dramana Instant man nimmt irgendeine Anzahl an Karten von seiner Hand legt die unter das Deck und zieht sie wie viele Karten blieb plus eins sehr sehr cool oder macht halt hier ein Valakut ich glaube das ist schon ein Spoiler uh Feed the Swarm and Foil hübsch hübsch das ist schon eine Kreatur oder eine Verzauberung die ein Gegner kontrolliert und ihr verliert Lebenspunkte in Höhe der Mana Kosten sehr cool in Foil so gehen wir weiter ich Special Sachen die ich weiß die hier drin sind sind oh ja hier haben wir doch direkt eine oh mein Gott sieht man das da signierte ähm die fühlen sich die sind nochmal oben drauf gedruckt fühlt sich tatsächlich sehr strange an es ist aber cool dass sie das halt gemacht haben und wir sind auf der Suche nach Karten von der Liste so eine Rare Magnetic Chancellor 2x1-3 solange man 3 ne 4 oder mehr Insta oder South Street Karte Friedhof hat kriegt der plus 1 3 plus 1 das ist stark 2x4-4 und für Tappen kann man eine Karte abwerfen und exil die oberste Karte seines Bibliotheks und darf die ne 2 es rutscht sich eine aus und man darf einen davon spielen ok mittelmäßig und noch eine Rare cool dann haben wir schon mal 2 Rares nice Cowards can't block und der macht Dinge zu Cowards also Feigling das hat man schon mal und unsere Foil ist Shells Spear und Goblin Konstrukt die Karte möchte ich gerne diese Karte möchte ich ganz gerne haben so gehen wir weiter hier haben wir ich glaube das ist eine Burning irgendwas gewesen Cleansing Windfire ist eine gute Karte by the way ist wirklich eine gute Karte und Charix the Raging Island Isle 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 ich habe keine Ahnung wie das auf Englisch ausspricht 4 Mana 017 zauber die ihr kostet die Siegtrageten von eurem Gegner kosten 2 Mana mehr für 3 Mana kriegt die plus x minus x wobei x die Anzahl an Ländern ist die man kontrolliert 017 die stärkste bisher je gedruckte Karte nur ein Konstrukt Konstrukte sind immer immer schön ja ich kann es immer noch nicht Booster aufmachen ist ein Graus Micho und noch eine Signatur mal gucken dass man die irgendwie reinkriegt da sieht man sie nice noch eine Signatur das ist natürlich nicht schlecht ich weiß gar nicht wie selten die wirklich sind aber mir wurde gesagt die sind sehr sehr selten und okay Chajuri Pro Pro Paragon 2 Mana 3 2 ist ein Cleric Rogue Wizard Warrior für 3 Mana Kicker und wenn er in die Spielwelt kommt und kickert wurde kann man die obersten 6 Karten seine Stack durchsuchen und kann eine Kreatur die diesen Kreaturenchip hat in die Hand nehmen und den Rest unter Stack okay cool aber halt nur eine nicht alle schade Adventure awaits und ein Drake ja bisher jedes vierte Booster soll eine Karte von der Liste haben ist bisher jetzt noch nicht so aber mal sehen was nicht ist kann ja noch werden dafür haben wir zwei Signaturkarten ich weiß jetzt nicht was besser ist hier haben wir dann Cummins Uncumms Cummins Cummins uuuh Lithoform Engine die ist tatsächlich ganz cool 4 Mana legendäres Atefakt 2 Mana tappen man kopiert einen Activate oder Trickability die man kontrolliert sucht sich neue Targets dafür aus oder für 3 Mana tappen kopiert man Instant or Sorcery oder für 4 Mana tappen kopiert man Permanent das Blood Price der ist völlig unscharf und wieder keine Liste hm vielleicht gibt es die Listkarten hier gar nicht drin bisher haben wir auch noch nichts so geiles gehittet hab ich dann uuuh Vollzum das hätte auch eine Vollinsel sein können so gucken wir hier direkt mal weiter ok Akiri Fearless Voyager 3 Mana 3 3 wenn die ein Spieler angreift und hier mehr als ach nee wenn du ein oder mehr gequipte Kreaturen bekommst ziehst du eine Karte so und für ein weißes Mana kannst du ein Equipment von einer Kreatur runternehmen und diese Kreatur kriegt unsere Störbarkeit bis man es zu ist Spare Supplies und uuuh eine Karte von der Liste hier unten sieht man das halt an diesem Symbol da und ja Golgarithak ein Deutscher tu ich mal dahin ist was besonderes ist von der Liste die Liste ja äh mein Peil hier auf dem Müll kommt schon wieder ins Bild rein ich hab echt ich muss hier einen Augenblick mal aufräumen oh noch nen ok noch nen voll die Foils sehen sehr unscharf aus äh mal gucken dass ich es irgendwie reinkriege die sind sehr sehr unscharf hab ich das Gefühl Squid Shepard so Nahiris Litho Forming Litho Forming ok zwei Rote und X man opfert X Länder für jedes Land das man geopfert hat zieht man eine Karte und dann kann man diesen Zug X zu welcher Länder spielen und äh die Zone kommt Länder getappt das Spiel ok wow die ist bad die ist bad oder ich sehe irgendwas nicht aber bisher finde ich die einfach nur bad so äh Müll insel mal weiter gucken crackpad ballauf sieben mana sechs sechs mit kicker ok ähm der kann nicht geconnert werden hat Hexproof Eile ok und wenn er gekickert wurde kommt er mit vier plus eins zu eins mal ins Spiel gut der kostet ja auch zehn mana ja gut zehn mana zehn zehn kann nicht geconnert werden Trampel äh Eile Hexproof hat nur kein Trampel uh noch eine Rare Tabroxas Optimize drei mana zwei zwei fliegend ähm hat Lifelinks solange fünf oder mehr plus eins zu eins Marken auf dem liegen und immer wenn eine Nicht-Kreatur nicht-Token-Kreatur die ihr kontrolliert stirbt kriegt was was kriegt der nur plus eins zu eins Marken wenn das äh wenn diese Kreatur die gestorben ist ein Cleric war zieht ihr eine Karte wenn ihr es tut verliert ihr ein Leben so und Copy Token ja interessant äh es sind noch eine Menge Karten drin die ich noch nicht gesehen habe obwohl ich zwei Pre-Release gejudged habe und jetzt auch nicht gerade wenig von diesem Set aufgemacht habe bisher sind hier immer noch eine Menge Karten drin die ich nicht gesehen habe Quoted Price fünf Mana dieser Zauber kostet ein Mal oder weniger für jede Karte in eurer Party und ihr könnt euer Deck durchsuchen nach einer Karte und dann könnt ihr wenn ihr eine volle Party habt eine Karte Mana kosten vier oder weniger aus eurer Hand spielen Splite und Catbeast ja also bisher haben wir eine einzige Karte von der Liste und die war nicht beeindruckend die war nicht beeindruckend meine lieben Freunde ok hier ist kommen die springst ziemlich gut kommen kommen ok das verstehe ich nicht uh Sarait Zahn The Trickster fünf Mana vier vier Flash für vier Mana könnt ihr eine ungeblockte angreifende Rogue Kreaturzug auf die Hand nehmen könnt ihr von der Hand getapptes Spiel angreifend bringen also im Endeffekt Ninjitsu für Rogues und immer wenn ihr Schaden zugefügt an einem Spieler könnt ihr eine permanente Karte aus dem Friedhof zu genauen in das Spiel bringen sehr sehr coole Karte so voll ist ein Mindcarven und Reality Shift von der Liste ok gar nicht mal so bad Exalt immerhin in blau eine Kreatur so ist glaube ich ne wird so eine Zeit für so ein Highlight hier bevor ich hier ganz verzweifelt bin ich hoffe mal das Highlight ist auch wirklich dann ein Highlight und unser nächster Rockstower ist Stripmine ok tappen für ein farbloses oder tappen Opfer an zerstörenden Land hm Commander Staple Anyone ich glaube die wird auch ganz hart im Commander gespielt ich spiele sie mal im eigenen Commander Deck was ich besitze so dann haben wir Rogue Rogue Wizard Cat Horror Insect ich weiß noch nicht wie die in welcher Reihenfolge oder warum die so geändert wurden das habe ich noch nicht oh Shatter Skull Charger 3 Mana 4 3 Kicker Trampel Eiler wenn er gekickert wurde kriegt er 2 plus 1 plus 1 Marken und zu Beginn des End Steps wenn er keine plus 1 plus 1 Marken hat kommt er zurück auf die Hand das ist nicht bad das Foil haben wir Chilling Trap und ne Katze ja bisher wie gesagt akkurat also die Liste ist es ist halt super schwierig weil diese Booster hier kosten nur minimal mehr als die normalen als die normalen Booster haben aber so eine Chance auf so hohes Value oh mein Gott Branch Love Pathway der grün-weiße Pathway einmal in Full Art hier einmal in Full Art hier was ist das denn Sekunde unsere Foil ist ein Sky Cat und was bist du denn first player to win is the winner magic minigame strictly bettors das 5te von 5 minigames ähm ja ne sorry ne das ist so ein so ein limited Schiss damit man mit den Set Boostern die nicht dafür gedacht sind dass man mit ihnen Drafted oder Spiele spielt Spiele spielen kann ja einfach nur weil Waza hat es nur mal versucht jeden und alles mögliche ankam 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 what the fuck kamen 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 und Grogmore Sky Cleave Revenger 3-mana 0-0 wenn der Spielfeld kommt kriegt der 3 plus 1 zu 1 Marken und immer wenn der andere Kreatur jetzt stirbt wenn es eine plus 1 zu 1 Marke auf sich hatte kriegt der eine plus 1 zu 1 Marke und wenn er stirbt kriegt der einen xx grün-schwarzen Hydra wobei x die Anzahl an plus 1 zu 1 Marken drauf ist ok the foilist glacial grasp und uh hier mistress inside ok jumpstart ist gar nicht mal so alt die Karte naja mal gucken mal gucken ich bin jetzt gerade ein bisschen demotiviert ich habe mir hier tolleres vorgestellt uh zum Beispiel diese Insel finde ich tatsächlich sehr sehr schön mit Sharktaifu bestimmt gut spielbar dann haben wir den Balov wieder war da kurz Awakening in Foil oh mein Gott hübsch bestimmt eine saugute Karte gerade in Goblin Charmage oder sowas und dann haben wir einen Drake jetzt gucke ich die ganze Zeit hinten drauf ob da auch so ein Minigame drauf ist aber wenn dann ist das ja vorne und hinten drauf so ein Minigame ok dann haben wir hier das das gum 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 uncum kamen 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 on-do intervention destroy all non-land permanents für acht ok oder halt für ein weißes unser Foil ist adept und hier ist ein Base Race Minigame ja sorry Wizards warum das es gibt bestimmt Leute die das toll finden und denen möchte ich auch gar nicht sagen dass das kacke ist aber hier sind auf jeden Fall eine Menge Voll Full Arts drin wie schwer das wie schwer das früher war Voll Full Arts zu kriegen heute kriegst du echt viel davon oh das habe ich schon gespoilert was bist du in Corruption auf Abudanz zweimal der Instant für Kicker für drei ok ihr könnt eins aussuchen wenn ihr Kicker habt so viele wie ihr möchtet also drei ihr kriegt zwei plus eins auf eine Kreatur eine Kreatur ne ein Spieler kriegt x Leben wo x die Anzahl die stärkste Kreatur ist und eine Kreatur fightet eine Kreatur die nicht kontrolliert ok dann hinterher das Ding und nichts hier ok das finde ich ganz cool die Rückseite die Foils sind dieses Mal richtig schön geworden das muss ich einfach sagen die sind sehr unscharf aus irgendeinem Grund aber ja die sind sehr schön ich glaube ich spoilere mich hiermit weil hier das ist ja normalerweise dann der Slot von der Liste wenn ich es so rum aufmache kann das sein ich bin mir hier noch nicht sicher ähm kamen an kamen an kamen an kamen 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 oh Nighthawk Scavenger Dramana 1x plus 3 beziehungsweise 1 plus x und 3 Flying Death Touch Lifeling und der kriegt plus 1 plus 0 für jeden Kreaturntypen in einem gegnerischen Friedhof ähm ist so ein Tamogolf und so ähnlich ja es ist echt schwer hier schnell durchzugehen ok wir haben schon wieder gespoilert wir haben eine Karte von der Liste oh mein Gott eine Rare und Old Border und oh mein Gott du bist kacke 4 Mana für jeden für die Kreatur Token die ihr kontrolliert bringt ihr noch einen Kreaturen Token ins Spiel 7 Mana Flashback die haben sie jetzt genervt mit der Regeländerung aber eine Karte von der Liste immerhin ich weiß noch nicht wie man sich dieses Spoiler irgendwie verhindern kann Angel of Destiny der ist verwirrend 5 Mana 2 6 fliegend Doppelschlag immer wenn eine Kreatur die ihr kontrolliert Kampffschaden zufügt bekommst du und der Spieler der Schaden zufügt so viel Leben zu Beginn des Versorgungsegments wenn ihr 15 oder mehr Leben als euer Startleben habt habt ihr das Spiel gewonnen das ist so strange es ist es wirkt so ich muss gerade gucken ob ich es irgendwie reinkriege es wirkt so unscharf die Folse ist ein bisschen traurig so habe ich es geschafft oh Jace hübsches Artwork aber es gibt also beide Jace Artworks als diese Zendika Dinger oh ok hier ist schon eine Rare Shatterskull Charger den hatten wir ja gerade eben schon Throne of McKinney tappen für ein farbloses tappen für ein Chargecounter und tappen Chargecounter runternehmen und die kriegt man zweimal eine beliebige Farbe und keine nur für Kika das wird nichts wert sein dann haben wir eine Foil Into the Royal ich muss gar nicht dass die Reprint haben es sieht so schlimm aus so richtig off-center aber es kann auch einfach sein dass ich mich jetzt mittlerweile daran aufhänge so was ich jetzt mal gucken möchte ist steht hier denn eine Karte drauf 81 Stück gibt es davon heilige Kacke das 81 Stück ist eine Menge Archon of Emeria Dramana 2-3 fliegend jeder Spieler kann nicht mehr als eine Zauberrunde spielen und nicht Ländercombo bei jedem getappten Spieltron wenn irgendjemand fragt nein der ist nichts für Devon Texas Bubblesnare ist eine gute Karte im Limited so dann haben wir jetzt zwei Drittel durch und echt erst drei Karten von der Liste bei 40 Karten müssten Average so 6-7 davon nur bei sein schon wieder gespoilert und hier habe ich oh boy ich bin schlechter drin okay Pathway Rot und Grün ja Foil Token so gucken wir uns irgendwann mal hinkriege mich nicht zu spoilern aber ich glaube tatsächlich nicht ich bin dafür einfach zu bad okay den hatten wir auch schon Mangush of the Week ja also das ist jetzt ein bisschen underwhelming ein bisschen ein bisschen traurig das ist eine hübsche das ist ein richtig hübsches Artwork so Linvala okay Linvala Shield of the Seagate Linvala hatte doch eigentlich was anderes zu tun 3033 fliegen zu Beginn des Combat Damage von eurem Zug wenn ihr eine volle Party habt könnt ihr nicht dann permanent ist das euer Gegner kontrolliert aussuchen und bis zum nächsten Zug kann diese permanente wenigstens weder angreifen noch blocken noch aktivierte Fähigkeiten benutzen okay und ihr könnt die Opfern und Hexproof und Zerstörbarkeit aussuchen und eine und eure Kreaturen kriegen diese Fähigkeit die ist gut uh Zahntrickster und eine Thron von Makati in Feuer wenn das jetzt noch eine Liste wäre dann hätten wir den Dream weil man kann bis zu vier Rares bekommen wir haben jetzt gerade drei gekriegt das wäre jetzt der Dream gewesen oh das wäre jetzt so schön gewesen ich mache jetzt diesen komischen Box drauf auf das ist wird das halt unser nächste Rare so was haben wir hier Valakut the Molten Pinnacle okay ach das ist ein Valakut okay ich wusste gar nicht dass der auch da drin ist interessant ja dann gucken wir uns mal weiter an Valakut ist glaube ich auch nicht so der krasseste gehen wir mal weiter 4 Rares das wäre es gewesen genau Claywater Pathway blau-schwarz komischer Squid und oh eine Liste Kithkins kriegen bloß 1 zu 1 okay ja das ist gerade eben das hat sich so gehypt ich bin ein bisschen raus also es ist ein bisschen schade das wäre jetzt mein absolutes Traum Highlight gewesen mal das beweisen dass man vier Rares kriegen kann die Chance dazu ist so minimal drei ist auch schon minimal aber Crackmore was bist du denn Skyclave Shade 203-1 mit Kicker kann ich blocken und wenn er Kickert wurde kriegt er 2 plus 1 zu 1 Marken und Landfall ihr könnt den aus eurem Friedhof casten das ist nicht bad das ist wirklich nicht bad aber ihr seht ja so Liste ist tatsächlich sehr wenig drin aber die Anzahl an Rares die ihr pro Booster bekommt ist tatsächlich schon schon hoch im Vergleich und ihr bekommt einfach auch weniger hier von diesem Müll 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 oh mein Gott bist du hübsch Riverglade Pathway oh Gott ich habe so eine komische Magic-Regelkarte rot blau rot okay und Inceptorius of Ruin drei Mana Kicker für vier Mana ihr sucht euch eins aus oder alles ein Gegner wirft zwei Karten ab ihr bringt eine Kreaturenkarte Mana kostet zwei oder weniger aus dem Friedhof Spielfeld oder ihr zerstört eine Kreatur Mana kostet drei oder weniger die wird bestimmt gut und Nummer vier von fünf mal gucken ob ich die vollen zusammenkriege ich glaube da noch nicht dran aber mal gucken Spoiler das ist ein Token oh die Hydra oh was süßes oh was süßes komm schon Emira's Call sieben Mana Sorcery ihr kriegt zwei Engel mit Fliegen und nicht Engel die ihr kontrolliert kriegen und Zerstörbarkeit bis zum Beispiel Sorcery ist halt schon bad und hier ist es halt wenn es kommt Enter habt ins Spiel wenn ihr drei Leben bezahlt okay Lull Mage Domination okay so so bisher echt eine Menge Rares und eine Menge Mythics rausgezogen und noch eine Foil also wir haben vier Foil von Ländern abartig so noch ein Arcon der ist immer noch nichts für Death and Texas Foil ist Mind Drain und Shuriken jawohl Ninjas 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 und unser letzter Booster Obgerobb Spoiler Token schade echt wenige Karten von dieser Liste Ruin okay okay Orange Sky Hero Fend vier Männer drei drei Lifeling und wenn der oder ein anderer Cleric den ihr konntiert stirbt bringt ihr ein Cleric weniger Männer Kosten im Spiel zurück das ist eine coole Karte ja soviel zu den Set Boostern was halte ich von den Set Boostern ich finde Set Booster großartig für mich gibt es aktuell keinen Grund mehr normale Draft Booster zu kaufen ihr seht den Unterschied das sind 36 normale Booster 2 4 6 8 10 16 18 20 2 4 6 18 12 14 16 17 37 aus 30 also habt ihr im Endeffekt nur 7 Barriers dazubekommen aber ihr habt wesentlich weniger Crap an Cummins und Uncums plus eben ihr habt eine Menge Foils weil es wirklich eine Foil garantiert gibt gerade für die Leute die Foils mögen ist das wahnsinnig schön und die Chance von der Liste bis zu 200 Euro Karten zu ziehen auch die Foil Länder und natürlich diese komischen Artkarten aber wir haben nachdem wir diese zwei Artkarten bekommen haben mit einer Unterschrift drauf nie wieder eine Unterschrift gesehen das ist halt auch sad also die Dinger sind wirklich sehr selten wie es mir auch gesagt wurde deswegen freue ich mich dass wir zwei Stück haben gut ich hoffe das Video hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin ablexeet ciao ciao